Die Duale Hochschule Baden-Württemberg kooperiert mit 9000 Unternehmen und sozialen Einrichtungen, den sogenannten dualen Partnern. Der duale Partner ist das Unternehmen, bei dem du deine Praxisphasen absolvierst. Von ihm bekommst du auch deine monatliche Vergütung während des gesamten Studiums. Die Unternehmen und sozialen Einrichtungen wählen ihre Studierenden in einem Bewerbungsprozess selbst aus. Wenn du also den dualen Partner von dir überzeugst, erhältst du einen Studienvertrag und somit einen sicheren Studiumplatz an der DHBW. Mehr als 85 Prozent der Studierenden werden nach dem Studium von ihrem dualen Partner übernommen oder unterschreiben bereits vor Ende des Studiums einen Arbeitsvertrag. Mit dem dualen Studium an der DHBW machst du also den ersten Schritt in deine berufliche Zukunft. Das ist das, was auch nicht die Bewerbungsprozess. Vielen Dank.